Richard hat die Heilbombe auf ein perfektes Timing für die Heilbombe. Gibt's Sorgen, ich fand ich zerfleißen Lippen! Nein! Und David ist tot! Richard hat es geschafft! Jo, hallo, servus und havetere! Ihr seht jetzt gleich ein 1 gegen 1 von mir, er spielt gegen Ray mit den klassischen Regeln. Ich erkläre die mal ganz schnell für die, die sie nicht kennen. So mache ich eigentlich immer meine 1 gegen 1 Spiele. Und zwar Gartenzweckbombe, es geht hier aber nicht um die Gartenzweckbombe an sich, sondern es geht nur um die Zeitanzeige oben. Man spielt bis Minute 5, sprich 10 Minuten. Und wer nach diesen 10 Minuten die meisten Kills hat, hat gewonnen. Pro Seite darf man sich 3 Charaktere auswählen, die darf man so oft wechseln wie man will, aber man darf nicht mehr als 3 insgesamt haben. Außerdem wären auch noch Bots, die, was man ja einen Gartenzweckbombe setzen kann, erlaubt. So, soviel mal zu den Regeln. Und ihr merkt vielleicht dann gleich, es ist relativ spontan entstanden, dieses Video. Denn ich wollte eigentlich gar nichts aufnehmen. Ich nehme zwar immer auf, eben wie man hier sieht. Aber ich dachte mir nicht, dass ich es hochlade. Aber ich finde es eigentlich ein ganz gut gelungenes 1 gegen 1. Ist relativ spannend am Schluss dann geworden. Aber nicht, dass ihr euch wundert. In diesem Spiel ist noch Chris und Cedric dabei gewesen. Die haben aber nur zugeschaut. Ich habe hier, nur damit ihr euch auskennt, am Anfang gegen die Alienblume gespielt. Und entschuldigt auch vielleicht die ein oder andere vulgäre Sprache. Das ist so. Ist nunmal also nicht mein Videogebrauch. Aber ja, egal. Ich fand das Video und das Gameplay trotzdem ganz nett. Ganz nett. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe Angst, dass du einfach kommst und mich tötest. Du bist ja auch Alienblume. Du bist einfach aus der Ecke kommst. Ich hab schon alle gesehen außer dich. Soll ich euch einen Tipp geben? Ihr läuft im Kreis. Mehr sag ich nicht. Ja, wirklich so. Ah, ich seh dich jetzt. Chris, Alter, wie geil. Dieser Typ war golden wert. Ja, ich hab's ja schon gedacht. So groß ist die Map nicht. Aber ich hätte echt schon wieder so Bock auf so ein Turnier. Ich glaube, wenn ich aktive Videos hochladen mache ich wieder ein Turnier. Was für eine Community. Mit was für einer Community? 99 oder 91. Hast du gar nicht zugehört? Wenn ich Aktive Videos habe oder eine Community, dann werde ich einen Stream machen. Genauso wie du mit Kiri. Und werde dann ein Turnier machen. Wenn ich Videos habe oder eine Festwalt habe. Meine Güte. Richtig spannendes Kommentar von uns. Oh. Oh, da geht der Richard in den Nahkampf. Der Davids ist ja gut, man. Mit der Elendblume. Ich bin gut mit der Elendblume. Da hat David den Mr. Koala Outplay mit seiner Heilblume kontinuierlich auf den Boden geschossen. Ach, deswegen. Deswegen hatte ich hier aufgehört zu streamen. Nein. Ich habe über zwei Stunden gestreamt. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Das ist zu wenig. Aber jetzt braucht es sind erlaubt, gell? Bei den Plätzen. Was? Okay. Okay. Werde ich glaube ich nicht. Alter. Nein. So ein OP-Jahr. Niemals. Niemals. Scheiße. Bestimmt hat der Meeresbiologe. Safe. Safe. Also. Die Klasse passt schon. Oh. Nein. Er hat einen Ingenieur. Oh. Oh. Ja. Klasse passt schon. Meeresbiologe. Ja. Ich will dich verwirren, Alter. Oh. Da stehen sie sich gegenüber. Ja. Du kannst dich ja immer. Das hilft. Was bringt mir das Eis hier, wenn ich nichts kann. Oh. David spielt schön mit der Sonne. Ey. Was soll denn das hier? Willst du mich forschen? Ich bin so gut, bitte ey. Du musst es einfach verstehen. Du musst es einfach verstehen. Was ist das hier? Du musst es einfach verstehen. Die Aiden. Die Aiden. Die Aiden. Die Aiden. Die Aiden. Die verbiete ich als nächstes. Cedric. Ja guck. Im nächsten Turnier musst du wissen. Im nächsten Turnier musst du wissen. Häh? 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 Du bist ja nicht die ganze Zeit und du stirbst nicht! Alter Scheiss, ich habe kein einziges Leben verloren! Er hat die geklärt! Er hat kein einziges Leben! 100% Ich habe nicht bei mir getroffen! Nein! Ich habe dich bei mir getroffen! Ja, mach Kipp man! Doch! Ich klippe das! Aufzeigen! Ich habe 100 Leben! Ich habe dich die ganze Zeit geschossen! Ich habe dich die ganze Zeit getroffen! Ja, geschossen hast du aber nicht getroffen! Die ganze Zeit Heilbombe war einfach perfekt! Ich habe dich bei mir die ganze Zeit nicht getroffen! Ich habe dich bei mir die ganze Zeit nicht getroffen! Das war auch davor so! Das war auch davor so! Oh, Richard! Wenn ich den Community habe und Turnier mache, musst du mitmachen! Du hast sogar relativ gute Chancen! Oh, David hat ihn ja schon wieder gewechselt! Was? Oh! Und schon getötet! Wow, ich hab das immer mitbekommen! Da zur Provokation kommt natürlich die Geste! Und man kennt ihn! Nach dem Turnier, also das endet ja bei 5 Minuten! Nach dem Match! Wechsel nochmal auf der Eise zu tun und dann testen wir das! In Ruhe! Ja, okay! Ich will auch probieren! Ich habe die Bombe! Keine Angst! Da treffen die Giganten wieder aufeinander! Richard hat den Highcrown! Schießt jetzt den David an! Oh, David geht in Deckung! Was macht er als nächstes? Platziert jetzt seine Blume! Oh! Ohohohoho! Gecold! Alter, was soll ich machen mit 50? Da hat die Blumen kassiert! Richard geht jetzt auf den Nahkampf! Trifft ziemlich gut! David springt rum! Benutzt den Spornschaden von der eigenen Blume aus! Oh, ganz, ganz spannend! Richard hat die Heilbombe auf ein perfektes Time für die Heilbombe! Gibt's doch! Ich fand ich den Scheiß erlitten! Oh nein! David ist tot! Richard hat es geschafft! Nein! Scheiße, Mann! Okay, ich darf einen Schaden noch aussehen! Ich darf einen Schaden noch aussehen! Okay! Was mache ich? 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 Scheiße! Ich weiß nicht, was ich aussehen soll! Ich weiß nicht, was ich aussehen soll! Ich weiß nicht, was ich aussehen soll! Fuck! 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 Okay! Ich weiß nicht, was ich jetzt mache! 4 zu 5 für ihn! 4 zu 5 für ihn! Scheiße, Mann! Alter! Ich glaub, es war ein Fehler, dass ich die jetzt ausgewählt hab! Aber... Die! David! Nee! Ich wett, es ist eine Charaktere! Nee! Nee! Steinerbse? Wie kommst du? Das war... Also ich hätte jede Erbs genau, nicht die Steinerbse! Alter! David! Du hast so einen guten... Gut gemacht grad! Oh! David und Richard treffen aufeinander! Beine haben jetzt den Schaden genommen! Richard pusht den lieben David! David ist verämt! Oh! Da kommt die Legendäre... Nein, Mann! Und David ist tot! Scheiße! Ey! Ich hatte noch ein Leben! 2%! Ein Leben, Mann! Richard, hast du grad mitbekommen, dass du meine Drohne geknallt hast? Nein, hab ich nicht mitbekommen! Meine Fresse! Ich bin scheiße grad! Ich bin grad so scheiße! Ist der Druck! Richard hat sich hervorgeheilt! Geht davon in eine höhere Position, um Aussicht zu bekommen! Oh, da hat er ihn schon gesehen! Ach die Scheiße! Was? Wo ist denn Richard? Ach, da hinten ist Richard! Richard hat den High-Ground, doch David holt sich den High-Ground zurück! Und geht jetzt auf den... Schön kommentiert! Schön kommentiert! Schön kommentiert! Aggressiv mit der Dunkelbohne! Oh! Erd-Dunkelbohne! Oh! Richard benutzt das... Benutzt das Dach als Deckung gegen die... Das ist... Das ist... Ist ja... Gut! Was auf dem Dach liegt! Oh mein Gott! Das war ein Battle! Das Battle! Nein! 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 Ich hatte wieder... Ich hatte wieder... Ich hatte wieder nur ein Leben! David hat die... Hat... Die Verfolgung... Verloren? Verloren? Jetzt wird sehr kritisch! Was machen denn der... David sucht den... Der... Der... Ende Gelände! Gewonnen! Scheiße, Mann! Oh! Wer ist denn mal auf die Eisensituation? Oh Mann, ey! Ich hatte kein Plätze! Überrasst dich! Wisstern! Wenn da jetzt... Po- Der? Du hast du gesagt... Bis zum nächsten Mal.